Es sind doch Veränderungen vorhanden und diese Veränderungen, die wir in einem Jahr durch Politik zu spät noch nicht ausreichend hinbekommen haben, müssen auch kommuniziert werden, müssen auch von der Völkerung bewusst werden, damit Parteien wie AfD das nicht mehr in ihrem antieuropäischen, ihrem antidemokratischen Sinne auffangen können. Dieses Video ist wirklich erstaunlich. Denn Bernd Baumann konnte all die Gäste allein zerstören, die versucht haben, ihn wegen Ignoranz und Populismus zu verurteilen. Sie waren sich sicher, dass sie es brechen könnten, aber sie haben nicht erwartet, dass Herr Baumann sie in Position bringen würde. Du wirst schockiert sein, du musst es sehen. Es sind doch Veränderungen vorhanden und diese Veränderungen, die wir in einem Jahr durch Politik zu spät noch nicht ausreichend hinbekommen haben, müssen auch kommuniziert werden, müssen auch von der Völkerung bewusst werden, damit Parteien wie AfD das nicht mehr in ihrem antieuropäischen, ihrem antidemokratischen Sinne auffangen können und dadurch Fehler gewinnen können. Herr Baumann, es wird ja sehr oft auch die These in den Raum gestellt, die AfD ist eine Ein-Team-Partei. Flüchtlingskrise, wenn die vorbei ist in Deutschland, wenn die abklingt, dann ist es auch vorbei mit der AfD. Die These haben wir schon oft gehört, auch die These, die jetzt von Herrn Stegner und Herrn Brog kam, das sind die Ängstlichen, die Angst haben vor dem Abstieg. Also ich habe noch keine Ängstlichen erlebt in der Partei. Wirklich, stellt sich mal, wie für uns mal, mit einem Stand an die Straße und da kommen die Linken und die Antifa. Also ängstliche Leute kenne ich eigentlich überhaupt nicht bei uns in der Partei. Man hört schon sehr oft den Satz, wir haben Angst, man hört schon sehr oft auch, wenn man gerade in den Dörfern unterwegs ist, was wir als Journalisten ja auch sehr oft machen, von den Leuten, die Angst vor der Islamisierung Deutschlands. Also das ist ganz konkret eine Angst, die auch ausgesprochen wird. Angst, die ausgesprochen wird und gucken wir uns doch mal die Realität an. Wir sind hier in Hamburg, hier gibt es Stadtteile mittlerweile, da ist der Bevölkerungsanteil von Menschen mit Migrationshintergrund unter 18 Jahre, was hier entscheidend ist, was sozusagen ja sozusagen weiter wächst und dann die Gesellschaft wird unter 18 Jahren. In manchen Stadtteilen 60, 70, 80, 90, 92, 94 Prozent. Das sind Stadtteile mit der niedrigsten Ausbildung, mit Höchsthaft 4, mit der größten Kriminalität und alles diese Dinge. Eigentlich entsetzliche Zeugen für eine misslungene Migrationspolitik und das waren alles Zahlen, bevor diese millionenhafte Zuwanderung seit September, seit 2015 jetzt passiert ist. In Deutschland gibt es eine Bildungskatastrophe. Es gibt nicht genug Schulen und Lehrer im Land, die Klassen sind überfüllt. Außerdem sind die Schulgebäude selbst nicht in einem besseren technischen Zustand. Viele der Gebäude benötigen seit langem Reparaturen und neue Geräte. Das deutsche Bildungssystem steht vor einer schweren Krise, da immer mehr Schüler schlecht Deutsch sprechen oder überhaupt kein Deutsch sprechen. Je höher der Anteil der Migranten ist, desto schwieriger ist es, die Schüler zu motivieren. Wie im vergangenen Jahr von Remix News berichtet, können in Deutschland 25 Prozent der Viertklässler nicht lesen. Leider ist das keine Fiktion, sondern eine harte Realität. Wir schauen weiter. Und die ist eben nicht nur wegen des Islam oder weil es Muslime sind oder weil die aus dem Orient oder aus Afrika kommen. Die ist einfach, weil Sie sehen, in dieser Menge funktioniert das nicht, was Arbeitsplätze angeht. Wir haben hier 50.000 Menschen in Hamburg, die sind so lange arbeitslos, dass sie schon Hartz IV bekommen. Davon sind es 60 Prozent mit Migrationshintergrund. Das sind Menschen, die in diesen Stadtteilen wohnen, die schon hier aufgewachsen sind, die sprechen schon Deutsch. Die sind hier schon sozialisiert und trotzdem gelingt das nicht. Da kann man in gewisser Weise Angst haben, auch wenn man sieht, dass in allen islamischen Ländern der Welt nirgends es Demokratie, Rechtsstaat oder derartiges gibt. Und sieht, wie die Politik in England, in Frankreich, in den USA verzweifelt vor dem Bonnius und den entsetzlichen Tatorten zwischen Detroit und Los Angeles, die wir altabendlich sehen. Auch wenn ich in Sachsen sitze, wähle ich die vernünftige Partei, weil ich nicht will, dass es so wird. Bis dort schon ist er Stegner. Deswegen wählen wir das. Aber Herr Baumann, also wenn man sich jetzt auch die Zahlen ansieht von Wählern, die Ihnen zulaufen, dann sind Sie doch auch als Partei in der Verantwortung jetzt. Die Flüchtlinge sind hier, die Muslime oder viele Muslime sind hierher gekommen. Jetzt geht es nicht mehr darum zu sagen, was wurde falsch gemacht, jetzt geht es um Integration. Und da haben Sie doch als Partei, die jetzt auch mitreden kann, eine Verantwortung. Und da geht es doch auch darum, dass man Nicht-Muslime gegen Nicht-Muslime ausspielt. Und sind Sie da nicht auch ein bisschen, gerade seitens der AfD in der Verantwortung, Ihre Wähler ein bisschen zu mehr Bedachtheit und mehr Überlegung aufzufordern und mitzuziehen? Wir argumentieren gegenüber unseren Wählern innerhalb der Partei mit Bedacht. Wir operieren hier immer auf zarter Menschenhaut. Und wenn ich sage, die Flüchtlinge verstehen wir, die zu uns kommen, wir argumentieren gegen die Politik, gegen die Verfehlte, dann bedeutet das, dass wir das natürlich auch uns überlegen, wie geht es jetzt irgendwie weiter. Diese anderthalb Millionen seit 2014, sie sind jetzt hier. Aber wir sehen, jüngst kam die Nachricht, dass 550.000 von denen eigentlich längst Abschiebebescheide haben, die irgendwie nicht ausgeführt werden und so. Die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands hat sich auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Die Arbeitslosenquote ist in diesem Jahr auf 6 Prozent gestiegen, der höchste Wert seit 2015. Die deutsche Bevölkerung hat in den letzten sechs Jahren um fast drei Millionen Menschen zugenommen. Allerdings sind die Deutschen selbst, also die Einwohner mit Staatsbürgerschaft, im gleichen Zeitraum um anderthalb Millionen weniger geworden, weil niemand in einem Land leben will, in dem die Regierung ihre Bevölkerung nicht interessiert. Der deutsche Arbeitsmarkt leidet bereits unter einer alternden Bevölkerung und einem Fachkräftemangel. Das Land braucht jedes Jahr neue Arbeitskräfte, um das aktuelle Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Aber diejenigen, die ins Land kommen, leben von Leistungen und wollen nicht arbeiten. Und qualifizierte Mitarbeiter verlassen das Land. Was Ralf Stegner als nächstes sagen wird, ist der eigentliche Wahnsinn. Herr Stegner. Ich wollte mich nochmal dagegen verwahren, weil Sie gesagt haben, es herrscht hier doch ein gewisser Konsens, wir müssen doch zusammenraufen. Ich habe nicht gesagt, es herrscht ein Konsens, es sind gemeinsame Nenner vielleicht. Nein, die gibt es gar nicht, weil die Rhetorik von Herrn Baumann, tut mir leid zu sagen, wir haben ja gar nichts gegen Flüchtlinge, aber ist verlogen. Die Rechtspopulisten behaupten immer, wir haben ja gar nichts gegen Flüchtlinge. Sie dulden in ihrer Partei, sie haben unterschiedliche Zungen, die einen reden, ein bisschen freundlicher, anderen mehr wie der Höcke oder wie Frau Storch. Aber wer sich zum Beispiel Herrn Trump angeguckt hat, der ja genauso ein Rechtspopulist ist, wie das die AfD macht. Ich habe mir das heute Nacht angeguckt mit Frau Glenden. Notorisch gestörtes Verhältnis zur Wahrheit. 70 Arztprozessen, was der sagt, ist schlichtweg in der Sache falsch. Und so ist es bei der AfD auch. So ist es bei der AfD auch. Sie bedient sozusagen, Wissenschaftler nennen das Hundepfeifenprinzip sozusagen, der eine hetzt gegen Ausländer und der andere sagt, es war ja gar nicht so gemeint. Das ist das Prinzip. Die treten so oder so auf, versuchen möglichst die anderen noch zu provozieren, damit man im Mittelpunkt steht. Ich habe gelesen, in der Ankündigung dieser Veranstaltung hat es Herr Baumann beklagt. Man wird ja häufig nicht genug wahrgenommen. Und deswegen ist es, deswegen sage ich auch, interessiert mich die Partei an sich gar nicht. Sondern der Punkt ist, dass wir uns auseinanderzusetzen haben, dass wir hier nicht zulassen, dass die Gesellschaft gespalten wird. Meine Partei ist für uns seit 153 Jahren für sozialen Zusammenhalt. Das ist unser Thema. Das ist unser Thema. Und mich interessiert es auch nicht, sozusagen, wie andere, die den Rechtspopulisten hinterherlaufen, darüber denken. Das ist mir völlig schnurz. Ich sage nur, dass da einer so formuliert, als sei er sozusagen ein Biedermann und man habe gar nichts gegen Ausländer. Das ist eben nachweislich falsch, solange Sie solche Leute in Ihrer Partei dulden. In allen Parlamenten, wo die AfD auftritt, ist das Ausländerfeindlichkeit, haben wir Ressentiments, haben wir Intoleranz, haben wir Antisemitismus. Haben wir all diese Dinge, die in demokratischen Parteien nichts verloren haben und die übrigens kein einziges Problem lösen in Deutschland. Kein einziges. Auch die Aussage, ihr seid jetzt bedroht, weil die Flüchtlinge kommen. Nicht ein einziger Mensch bekommt irgendwas weniger, weil ein Flüchtling kommt. Wir müssen Politik für sozialen Zusammenhalt machen. Nun, natürlich, wenn man nichts zu sagen hat, fängt man an anzugreifen und Unsinn zu erfinden. Die AfD will nur, dass die illegale Migration beendet wird. Sie sind nicht gegen Migranten, die im Land arbeiten oder studieren werden. Die illegale Migration hat dazu geführt, dass Migranten von Leistungen leben, dass sie sich nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren wollen und dass einige von ihnen Verbrechen begehen. Die Partei will diese Probleme lösen. Ist das nicht eine angemessene Politik? Schreibe deine Meinung bis zum nächsten Video in die Kommentare.